Ja, also ich freue mich wahnsinnig, dass ich auch dabei sein kann, weil ich habe gehört, seit langen, langen Zeiten mal wieder ein Derby gegen Saar 05 auf Meisterschaftsebene und von daher wird eine ganze Menge Feuer drin sein und ich glaube, das wissen meine Jungs, die freuen sich drauf, sie sind sicherlich auch hoch motiviert, klar zu zeigen, wer hier in Saarbrücken die Nummer 1 ist und so dementsprechend werden wir das Spiel annehmen. Also es geht einfach darum, dass wir gar nichts aufkommen lassen, wir wissen, dass wir von der ersten Minute an da sein müssen, dieses Spiel sehr, sehr ernst nehmen müssen und ich glaube, wenn ich so die Trainingswoche sehe, dass die Jungs das auch umsetzen möchten. Also wir sind bereit, wir sind sehr erfreut, dass das auch ein Abendspiel ist, wir werden eine schöne Atmosphäre haben, unter Flutlicht macht so und so immer mehr Spaß, also von daher, der morgige Abend kann kommen, wir sind gerüstet. Die Trainingswoche verlief eigentlich sehr, sehr gut, weil wir haben gut Gas gegeben, wir haben leider mit Matthew Taylor einen Ausfall zu beklagen, die Verletzung hat sich leider doch als leichter Muskelfaserriss dargestellt. Es wird keine vier oder sechs Wochen dauern, aber wir gehen davon aus, dass wir minimum drei Wochen auf ihn verzichten müssen, inklusive Trainingsrückstand, den er jetzt erarbeitet. Die zweite Sache, Hassan Amin ist unterwegs mit der Nationalmannschaft, der wird erst nach dem Pokalspiel am Dienstag wieder zurück sein, ist in Thailand und im Iran, um mit der afghanischen Nationalmannschaft zu spielen. Also das erste Spiel ist gegen Thailand, das zweite ist gegen Japan im Iran und leider hat uns gestern eben auch noch die Nachricht ereilt, dass Marius Wilsch eine Bänderverletzung im Knöchel erlitten hat und auch ausfallen wird. Also wir haben im Endeffekt den Kader, der strickt sich fast selber, aber trotzdem glaube ich, dass wir nach wie vor die Qualität in der Mannschaft haben, um morgen erfolgreich zu spielen. Und wie gesagt, es kann losgehen. Ja, natürlich, morgen ist ein Daribe-Game und es gibt neue Teams in dieser Liga, also wahrscheinlich wollen sie uns zeigen, was sie wissen und es ist ein großes Spiel für sie. Also müssen wir smart und einfach spielen und diesen Spiel, wie jedes Spiel, und dann denke ich, dass es für uns keine Probleme gibt. Also müssen wir das Spiel gewinnen und die nächsten drei Punkte gewinnen. Nur wenn man die falsche Einstellung zu so einem Spiel hat, wenn man hingeht und sagt, ja die haben erst einen Punkt gemacht, die haben viele Spiele verloren, dann ist man selber schon Verlierer. Geh hin, spiel dein eigenes Spiel. Dieses Selbstvertrauen müssen wir haben. Es geht bei uns darum, dass wir unsere eigene Spielweise weiterentwickeln, weiter automatisieren, sowohl in der Defensive als in der Offensive. Und genau das ist die Aufgabe an die Mannschaft. Wir wollen uns nicht am Gegner orientieren, sondern wir wollen unser Spiel weiterentwickeln. Und das ist eine gute Chance morgen, weil ich sage, wir werden Gegenwehr kriegen, darauf sind wir vorbereitet. Aber ich denke, das haben die letzten Spiele gezeigt, wir wissen auch uns durchzusetzen. Ich glaube, es gab noch kein einziges Spiel, wo wir nicht die überlegene Mannschaft waren. Selbst in Elversberg muss man ganz klar sagen, wir hatten die besseren Chancen, wir hatten höhere Spielanteile. Und von daher erwarte ich das genauso von meiner Mannschaft. Wir arbeiten im Augenblick an der Gier vorm Tor. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir arbeiten daran, dass wir uns noch besser sehen, dass wir noch besser auf unsere Stärken spielen. Und die Chancen, die wir rausspielen, noch klarer werden, dass man als Stürmer eigentlich gar nicht mehr vorbeischießen kann. Und wir arbeiten weiter daran, unsere Basis zu stärken, nämlich die Arbeit gegen den Ball. Möglichst früh damit anzufangen, den Gegner weit weg vom Tor zu halten. Und das genau ist die Aufgabe für morgen. Und da ist jeder motiviert. Da bin ich mir ganz sicher, weil wir haben es ja in den anderen Spielen auch gezeigt. Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Gegner zu leicht genommen. Wir haben also jedes Spiel bis jetzt mit der richtigen Einstellung gestartet und gespielt. Und sind dafür ja hier oder da auch belohnt worden. Schön wäre es sicherlich, aber man muss den Gegner respektieren. Man sollte nicht hingehen und sagen, dass es nur Kanonenfutter. Tatsache ist, wir werden sicherlich darauf spielen, dass wir so ein Spiel frühzeitig entscheiden wollen. Wir wollen uns durchsetzen und wollen das veredeln mit Toren, klar. Aber es ist nicht so, dass das selbstverständlich ist. Wir wissen, dass da eine ganze Menge Arbeit auf uns zukommt. Das gebietet einfach auch der Respekt vor dem Gegner. Und ich sage es nochmal, solche Derbys, die spielst du nicht mit Links und 40 Fieber, sondern da musst du Gas geben. Und ich sage mal, wenn wir Gas geben, dann sollten wir dieses Spiel gewinnen. Punkt.